Und dann werden wir uns ein bisschen Eisen holen, ich denke ein bisschen was werden wir ja wohl noch haben. Genau, zwei Stück brauchen wir, können wir das da wieder drauf legen. Und dann können wir uns das neue Feature Schere-Craft-Tarn, die ja wirklich sehr style aussieht. Und erstmal ins Bett gehen, ich sollte mich vielleicht anders untersetzen und einen Schluck Wasser nehmen. Und ich sehe gerade 37 Minuten noch, dann ist Teil 1 hochgeladen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann man mit so einem Ding machen. Das geht nach wie vor so. Ja, auch wenn wir eh schon dabei sind, können wir das dann einfach so machen. Und dann nochmal auf die andere Seite rüber. Und den ganzen Zeugli abholen und wieder neu setzen. Ist immer wichtig. Da drüben sprießen schon wieder die neuen. und die mittlere Reihe nochmal durch. Wunderbar. Unser tolles Getreidefeld. Auch wenn wir das fast nie brauchen. Okay. Dann, ja. Schere. Was kann man damit machen? Unter anderem Schafe scheren. Aber da wir jetzt gerade keine Schafe zu besichtigen haben, will ich mal sagen tatsächlich, was man damit noch machen kann. Ich hoffe bloß, dass das, wenn man es jetzt nicht abschneidet, dass man quasi, dass die Blätter jetzt trotzdem noch decayen, auch wenn man sie jetzt nicht abschneidet. Nicht, dass man dann bei jedem Baum die Blätter abschneiden muss, damit dann der Rest verschwindet. Aber ich denke, das wird schon passen. Und wir haben jetzt 53 Leaves bekommen. Finde ich nicht schlecht. Moment, da werden wir doch nochmal ganz kurz schauen, ob das mit, äh, so. Ja, ob es trotzdem decayt, die Blätter. Ja, das sieht schon so aus. Und wenn wir gerade da sind, dann können wir ja im Prinzip eigentlich sein. Und ich werde noch kurz, ich brauche noch 55, ich lege es mir mal davor. 55, 62, 63, 64, wunderbar. Dann reißen wir da die Bäume noch ein bisschen auseinander. Oha, das ist ein größerer. Wunderbar. Dann machen wir noch was. Zack. Nein, jetzt ist natürlich wieder einer mehr geworden. Ich denke, wenn wir den einfach da so hinsetzen, wird der schon irgendwann decayen. Und so wie es aussieht, habe ich einen Ast vergessen. So. Wo sind die ganzen Setzlinge? Die Setzlinge sind da. Pflanzen wir gleich wieder nach. Dann wird man immer genug da haben. Ich hätte gerne mein Zeug da noch. Ja, die Setzlinge sind mir jetzt einmal egal. Gut. Also, ja. Was kann man mit den Leaves machen, die man früher nur durchs Ercheiden bekam. Damit kann man jetzt zum Beispiel eben eine schöne Hecke oder sowas bauen. Allerdings muss halt immer Holz dabei sein, weil sonst decayen die ganzen Vieh hier wieder. Und da ich jetzt keine Ahnung habe, wofür wir die einsetzen sollten. Dann gehe ich es wieder einmal wieder da weg. Gut. Ja. Und dann geht es jetzt weiter mit unserem Projekt hier oben. Ich fülle jetzt mal ganz kurz hier das Zeug da wieder. Mache ich mal wieder zu da. Die Schere kann man weglegen. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen nervig, weil man jetzt wieder noch einen Drum braucht, dass man ständig mit um sich mit steppen muss. Weil ich meine Schafe kann man nur damit deshalb noch scheren. Geht nicht anders. Ja. Ich würde sagen, da wenden wir wieder den Trick an. Zack. Und da oben hängt jetzt die eine Schere. Äh. Die letzte Leiter. Aber ich denke, das kann man halt durchaus so lösen. Indem ich einfach hier hochgehe und mir dann die Leiter von drüben wiederhole. Weil zumachen muss ich ja eh. Zack. Fisch. Kann man das wieder abbauen. So. Und jetzt kommt es auf die Höhe drauf an. Von dem her sind wir ja richtig, so wie es aussieht. Ja. Nur von der Höhe kann es nicht funktionieren. Ähm. Ich frage mich gerade, wie ich das machen soll. Na, hau mal einfach mal das dabei so hin. Okay. Wir sind auf der Höhe 60. Es interessiert mich mal kurz, auf welcher Höhe wir da drüben sind. Und. Aber ich denke, 55 würde da hinkommen. So ungefähr. F3. Ja, 56. 50. Okay. Das heißt, wir werden uns von drüben runtergraben. Geht die Sonne jetzt schon wieder unter? Also. Ne. Zum Glück noch nicht. Gut. Das heißt, wir werden da nicht drum rum kommen. Und ich hätte ganz gerne das ungefähr so. Ja. Ein bisschen müssen wir halt dann noch runter. Hilft jetzt auch nichts. F6. F3. Ah. Ah. War ja klar, dass sich ausgerechnet hier eine Höhle befindet. Krasse Scheiße. Aber das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Ich möchte eigentlich nur... 53. Ja, da sind wir zu weit unten. 54 ist auch noch zu weit unten. 56. Das dürfte doch stimmen. Aber das weiß ich nicht, ob wir uns nicht vom Dingspons her verteidigen. getan haben. Ne. Das wird eigentlich noch passen. Und soweit ich weiß, mussten wir jetzt eigentlich dann irgendwann... Ich hab schon, oder? 56. Waren wir doch. Ja. Wunderbar. Da sind wir schon da. Und haben nebenbei noch einiges gefunden. Auch wenn das jetzt nicht wirklich geplant war. Mitnehmen können wir es ja trotzdem mal. So. Da, in diese Höhlen werden wir jetzt noch nicht gehen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich sehe da hinten zwar gelb. Also Sand, denke ich mal. Aber wir werden da diese Höhlen uns für später vielleicht noch aufheben. Können wir ja machen. Okay. Und. Dann möchte ich ganz gerne da wieder raus. Irgendwo so ein bisschen. Zack. Zack. Und. Nein. Da nicht. Ist aber jetzt erstmal egal. Weil das hier eigentlich eh nicht aus Cleanstern hätte sein müssen. weil wir da eh noch was anderes hinbauen. Nämlich Stufen. So. Wunderbar. Ich hätte den ganzen Raum gern 3 hoch. Cool. Ah. Nein. Oh Gott. Jetzt ist es dunkel. Wir haben uns eingegraben. so. Wir müssen jetzt einfach. Nein. Hoffen, dass kein Wasser hinterher kommt eigentlich. Und ich glaube. Naja. Da kommen wir jetzt nicht hin. So. Sehen wir dann schon in welche Richtung wir doppeln müssen. Wunderbar. Da mal wieder das eine Höhlen System. Gut. Dann würde ich sagen bauen wir gleich mal dieses Teil hier aus. Einfach mal alles 3 hoch und doppelt. Und wir müssen in diese Richtung. Mit der Ultimate Fist würde das jetzt natürlich schneller gehen. Aber da den noch nicht verfügbar ist und ich jetzt nicht auf 1.6 spielen wollte. Sondern auch mal ein bisschen die neuen Features da so spielen wollte. Auch wenn wir bis jetzt nur die Schere genutzt haben. Dachte ich mir. Haust du dir ein 7 da rein? Und diese unendliche Steineabbauerei hier. Da wären wir mit der Ultimate Fist ja immer schon wieder fast fertig. So. Da brauchen wir nicht verbreitern. Aber hier. Perfekt. Jetzt habe ich mir gerade gedacht da unten ist Lava dabei weil es nur eine Fackel. Und in der Tat ist es hier ein bisschen dunkel. So. 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 Dann bauen wir hier gleich den Weg falsch wieder auf. Wunderbar. Genau so war es geplant und nicht anders. Zack. 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 so, 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 so und so. Zack, zack, zack. Und da. Und ja, können wir eigentlich auch gleich da gehen. Ist da jetzt im Moment egal. Die Wand erneuern und durch Clean Stones ersetzen müssen wir sowieso. Und zack, hier haben wir schon wieder Eisen gefunden. Hätten wir sonst nicht gemacht. Toll, oder? Können wir Sand verwenden. Haben wir eh so viel. Ich hoffe nur, dass jetzt dann der Sand von da oben nicht runterfällt. Wenn ich jetzt hier mit meinem fetten Ding anrücke. Da wird's ja andere da wurschen, die dann gestorben sind. Zack, zack, zack. So, 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 so Vielen Dank.